Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge. Ja, ihr hattet jetzt die Möglichkeit, eine Woche lang abzustimmen, welches Spiel ihr haben möchtet, beziehungsweise ihr konntet eintragen in den Kommentaren, welches Spiel ihr euch überhaupt wünscht. Die Abstimmung wird heute in diesem Video dann stattfinden. Das heißt, jetzt in diesem Moment oben rechts in der Ecke wird ein Infobutton aufklappen, in dem dann alle Spiele aufgelistet sind, die ihr vorgeschlagen habt. Und dort habt ihr jetzt die Möglichkeit, dementsprechend abzustimmen, welches Spiel ihr demnächst auf meinem Kanal sehen wolltet. Und zwar eine Woche lang wird die Abstimmung wieder laufen. Das heißt, nächsten Samstag sehen wir uns dann hier wieder, wo ich dann verkünde, welches Spiel es ist, beziehungsweise, wenn sie es vorher abzeichnen, wird am Samstag dann bereits die erste Folge des Spiels auf meinem Kanal erscheinen. Das heißt, alle Leute bitte fleißig abstimmen, denn ich hoffe, mehr als 10 Stimmen für ein einziges Spiel, wenn es geben würde, wäre ich sehr begeistert davon, denn dann sehe ich auch, dass sich das wirklich lohnt. Wenn es weniger wird oder wenn es wirklich nur ein, zwei Stimmen sind oder Stimmengleichheit herrscht, werde ich das Ganze in die Hand nehmen und dementsprechend selbst entscheiden, was gezeigt wird. Deswegen, ihr habt es jetzt in der Hand. Einfach abstimmen, oben im Infobutton einfach draufklicken, abstimmen, fertig, Ende, aus. Macht's gut!